Pit Force P-I-T. Heute Pit Force Kniebeuge. Ihr macht mit einem Gewicht, wo normalerweise 8 Wiederholungen sauber schafft, macht ihr bei Pit Force mindestens 10 Wiederholungen bis maximal 20 Wiederholungen. Ihr lenkt immer kleine, kurze, lohnende regenerative Pausen rein. Wie das geht, seht ihr jetzt. Erste Wiederholung. Stopp. Kurze Pause. Tief eine Ausatmen. Nächste Wiederholung. Zweite Wiederholung. Immer unten. Kurz einer Aus. Wiederholung Nummer 15. Stopp. Aus. Siebzehn. Wiederholung Nummer 19. Und die 20. 20. Erster Pit Force Hatz. Kniebeuge. 20 Wiederholung geschafft. Mindestens 10 müssen es sein. Maximal 20. Mit kurzen, kleinen, regenerativen Lohnenden Pausen.